Jo, meine kleinen Räuberfreunde, heute wird geklaut. Wir haben nämlich unsere Säcke dabei und heute werden alle Gegenstände aus eurer Wohnung geklaut. Oder vielleicht aus der da? Oder vielleicht aus der Wohnung von Kira und Anna, denn die sind heute auch dabei. Yeah! So, wir müssen uns nur eine Map unten noch aussuchen. Entweder einen gruseligen Wald, eine Trainstation. Trainstation. Ich wäre für den gruseligen Wald. Die Trainstation? Nee, der gruselige Wald, der ist zu dunkel. Lass mal die Cave nehmen. Die ist so hell und schön. Ich glaube, daher, dass wir das das erste Mal spielen, brauchen wir so ein bisschen was, wo wir sehen können. Okay. Lass mal Classic spielen erstmal, bevor wir... Alter, Infektion gibt es hier einfach. Boah, das wäre ja richtig schlimm. Mit Zombies oder so. Oh nein, irgendjemand macht da gerade richtig viel Radau mit den Klicks. Bitte auf Classic. Oh mein Gott. Kommst du auf Classic. Oh, jetzt wird die Polizei ausgewählt. Nein! Oh, 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 oh mein Gott. Okay. Der Polizist tut er aus. Okay, jetzt müssen wir... Was müssen wir machen? Oh, hier liegt einfach Geld herum. Wir müssen das einfach mitnehmen. Und Kristalle kann man auch klauen. Ah nein, das hier sind Sachen, wo du eh gedrückt halten musst. Dann kannst du das klauen. Ja, ja, genau. Du musst die Sachen klauen und dann einfach damit wegrennen. Aber ich... Ah, und der Polizist kann dich erwischen. Und dann, äh... Ah, du musst das bei mir hilf. Nicht, Kira, nicht in die Richtung. Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott. Man kann doch Pilze klauen. Binden. Boah, man kann sogar richtig... Oh, ist der Polizist bei euch? Oh, jo, jo, jo. Warum sagt ihr das denn nicht? Ah! Oh, okay, 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 okay. Oh, er hat jemanden festgenommen. Ich hab's grad gesehen. Oh, er ist grad so... Das ist so klein. Ich... Uh, ich klau hier grad so richtig krass die... die... die Kristalle weg. Oh, und diesen Riesenpilz, den nehm ich auch mit. Nimm einfach... Oh, ich hab den ganzen Pilz einfach geklaut. Ach, ach, der Polizist kommt. Ist er hinter dir? Ja, und ich bin da nicht vorbeigelaufen. Oh, du hast recht, er ist da, er ist da. Oh, oh, oh. Okay, Zeit zu rennen. Wow, Kira, ich hab grad gesehen, du warst grad richtig an diesem blauen Riesenkristall dran, gell? Okay. Ich glaube... Okay. Ja, das hat er und er ist hinter mir. Oh, das ist mein Pilz. Ah, Kira, du hast über den Pilz geklaut. Ja, das ist... Achtung, lau. Oh, mein Gott. Das... Ey, hier ist so ein komischer... Ey, da liegt ja Geld auf dem Boden. Oh, oh, Kira. Oh, ich tue das, wenn man nicht mehr auflaufen hat. Du hast dir das geklaut. Oh, da ist ein Goldener. Uh, den Goldenen, den nehm ich mit. Diebe sind Diebe. Oh, Diebe klauen auch Dieben mal etwas. Er lässt mich nicht in Ruhe. Oh, Anna, gut, dass du ihn ablenkst, solange können wir uns bereichern. Ich hab deinen Kristall geklaut. Oh, aber ich hol mir den ganz Großen da. Ja. Oh, ja, ich hab ihn eingesteckt. Ja. Okay, ich lenke ihn nicht mehr ab. Er ist weg von mir. Er ist unten. Er läuft die ganze Zeit im Kreis herum, dieser Polizist, gell? Ja, er läuft halt wirklich nur im Kreis. Boah, ich hab hier schon alles dunkel gemacht. Oh, 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 oh. Oh, er sieht mich nicht. Nein, nein. Er hört mich fast. Er ist hinter mir her. Er ist hinter mir her. Oh, er hat die Handschellen schon. Ah, nein. Oh, es ist vorbei. Es ist vorbei. Mich hat er auch. Oh, die Raiders haben gewonnen. Oh, Junge. Dieser Matter, der hat sich wahrscheinlich so richtig bedient gehabt. Man kann sich, glaube ich, jetzt auch neue Perks kaufen, dass man damit noch ein bisschen was machen kann. Das Raiders Pack kann man sich kaufen. Das Cop Pack. Okay, das sind alles so Sachen für Robux. Auf der anderen Seite gibt es noch den Shop. Da kann man auch noch mal reingucken. Ach, da gibt es so Kisten, die man sich holen kann. Ich finde den Shop nicht. Confirm? Ich hab mir so eine... Ah, nee. Ich glaube, ich hab noch... Wo steht... Achso, ich hab erst 440 Geld. Ich kann mir das fast leisten. Ich bin zu arm. Ja, ich... Ich hab erst 440. Okay, lass einfach eine andere Karte spielen und dann versuchen wir mal ein bisschen mehr Kohle hier rauszuschlagen. Okay. Oh, 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 oh. Wollen wir Labor oder Zug? Labor. Labor, oder? Ich geh auch für Labor. Oh, Junge. Das wird cool. Oh, Junge, hier sind auch so richtig böse Monster in so einer Kanalisation, die einen so angucken. So kleine Augen sind das. Bisschen gruselig ist das schon. Ja, lass mal Free4All spielen, oder? FFVR. Ich glaube, da kann jeder dann für sich klauen. Aber man kann sich wahrscheinlich auch gegenseitig irgendwie erwischen oder so. Ich weiß es nicht. Oh, es geht schon los. Oh Gott. Hä? Hier sind so Menschen einfach, oder? Ist das ein anderer Spieler oder ist das ein Computer? Ich check das gerade nicht. Das sind meine Sachen, Anna. Such dir deine eigenen Sachen. Nein, ich such mir nicht meine eigenen Sachen. Ich hab hier einen Pokal, den ich geklaut hab. Uh, und einen Apfel. Ich hab einen Apfel geklaut. Oh, und ein Baum. Hier ist so ein kleiner... Meine Sachen. Hier ist so eine tote Pflanze, die ich klaue. Ja, tote Pflanzen. Wir klauen lebende Pflanzen. Oh, die lebenden Pflanzen sind auch, glaube ich, ein bisschen mehr wert. Ich klaue einen Stuhl einfach kurz. Kann man hier irgendwas drücken? Oh, ich hab, glaube ich, irgendeinen Knopf gedrückt. Warte mal. Hey, ich glaube, man kann hier auch Sachen aktivieren, so wie ich das richtig verstanden hab. Ich hab hier, glaube ich, irgendwas aktiviert gehabt. Aber ich bin mir nicht... Oh, ein Mülleimer. Geklaut. Ja. Ich hab hier teure Labormaterialien, die ich auch gerade klauen kann. Und eine Pistole einfach. Komisch, Baublehn, wie man glaubt. Oh, gut, dass du mich hier hingeführt hast, Anna. Jetzt weiß ich, wo ich die guten Cash-Sachen herkriege. Wo sind die guten... Ich will auch gute Cash-Sachen. Die Laboratorien, die ganzen DNA-Proben. Ich bin in einer Waffenkammer einfach gelandet. Echt? Jetzt? Es gibt eine Waffenkammer? Es gibt eine Waffenkammer. Wir haben Mikroskope und Bücher. Mikroskope hab ich auch schon geklaut. Aber habt ihr auch schon richtig lange Waffen geklaut? So richtig gefährliche Waffen. Waffen, die einen angreifen, die einen anbellen. Wie so Hunde einfach, gell? Äh. Ich krieg den Apfel da in der Ecke nicht. Nein. Ah, Anna. Das ist meine Waffenkammer hier. Ah, ich muss schnell noch schnell was klauen. Okay, wo kann ich hier noch was finden? Erstmal Pokal stippet's. Ja, so einen Pokal möchte ich mir auch noch klauen. Einen Apfel. Mh, die Äpfel, die bringen, glaube ich, am allermeisten Geld. Ich klau mir einfach gleich einen ganzen Computer. Einen ganzen Computer? Oh, hier ist eine Bewegung. Hä? Hier werden so Kohlsalate angepflanzt. Oh, die werde ich klauen. Ha, ha, ha. So ein Kohlsalat ist, glaube ich, nur so 30 Cent wert, gell? Ha, 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 ha. Ich hab ja gerade den Menschen den A-Proben geholt. Ich hab dich klauen. Ja, die hab ich ja aber eben auch geholt. Ich klaue gerade Blumen einfach. Oh, ich glaub, die sind nicht so viel wert. Egal. Oh, ja. Wer hat gewonnen? Dieser Madler. Schon wieder? Der ist viel zu gut. Der ist ja wirklich crazy. Ich kann mir irgendwas, jetzt kann ich mir was aus dem Shop leisten. Ich kann nicht. Ich hab erst 1.400. Ich hab 1.500. Ich hab erst 1.400. Alter, hier gibt's Kisten. Hier gibt's eine Kiste, die kostet einfach 100.000. Ja, what? Wie soll man 100.000 verdienen? Wie soll das gehen? Ein Zock hat der einfach richtig viel. Zack kriegt das vielleicht hin? Lightning Cuffs Limited. Was kann man sich denn holen, was richtig cool ist? Es gibt so VIP. Es gibt Double Cash. Ah, doch, man kann sich auch Cash selber kaufen. Oh, ich kauf mir mal so Cash für 35 Robux. Und dann geh ich hier mal drauf und kauf mir mal so eine Kiste. Was ist da drin? Oh, ich hab gar nichts bekommen. Oder hab ich das ins Inventar bekommen? Hey, mein... Ah, die Map-Voting geht wieder los. Ah, doch, ich hab was im Inventar. Warte mal. Und jetzt kann ich... Common, unequip Cuffs, crates, da. Open, confirm, ja. Oh, ich öffne eine Kiste. Okay. Warte, was hab ich drin? Ich hab nen... Oh, ich hab nen lächelnden Sack bekommen. Ist ja cool. Warte mal, den muss ich euch zeigen. Leute, schaut euch das an. Schaut uns den lächelnden Sack an. Der sieht einfach voll nett aus, gell? Der lächelnde Sack. Okay, spielen wir wieder Free-for-All. Welche Map spielen wir? Train Station. Train Station. Oh, ich hab direkt ein Gepäckstück hier geklaut. Ja, ich auch. Oh, ja. Kennt ihr das, wenn auf den Flughäfen immer gesagt wird, dass man auf die Gepäckstücke aufpassen muss? Das haben die Leute hier auf gar keinen Fall gemacht. Tee. Ey, hier ist einfach so ein Müllbeutel, den ich mitnehme. Ich kann einfach dieses Licht vom Zug klauen. Ich will auch das Licht vom Zug klauen. Wo ist das? Das ist so cool. Ich hab einfach direkt das Geld geklaut. Du musst an so einen Zug ran. Ich kann... Nee, das sind... Ich kann auch Handys kaufen. Ich hab auch ein Handy hier auf der Dings... auf der Bank gefunden hat, die man... Ich hab auch die Hausaufgaben von jemandem hier gefunden. Geklaut. Wer möchte Hausaufgaben klauen? Ich hab die Hausaufgaben geklaut. Oh, okay. Ich bin in Kira ihrem Klaugebiet jetzt. Oh, ja. Ha. Das ist mein Gebiet. Dieser goldene Koffer, der ist mir. Hey, aber ich frag mich, wie können wir hier eigentlich schneller klauen? Wie kann es sein, dass dieser eine Typ da einfach viel besser klauen kann als wir? Der klaut gefühlt immer mehr als wir. Der gewinnt auch jede Runde. Was müssen wir da tun, um noch besser zu werden? Oh, oh. Man sieht an der Seite da, wie gut man ist. Wie viele Punkte man hat. Bei mir, äh, zum Beispiel bei mir steht jetzt dran, ich hab vier Punkte. Aber... Hä? Wie bekommt man denn schneller Punkte? Keine Ahnung. Ach so, guck mal, immer wenn man klaut, geht das immer nach unten rechts in den Sack da rein. Und das ist dann wahrscheinlich... Hä? Ach so, das ist das Level, was an der Seite ist. Aha, das ist das Level an der Seite. Okay. Wie viel Geld habt ihr in eurem Geldbeutel unten rechts? Äh, 360. 440. Ich hab 450. Ich muss jetzt wieder was suchen. Oh, ich möchte die tausend knacken. Aber wir haben nur noch 30 Sekunden. Ich klau schon die ganze Zeit alle Rucksäcke, die ich hier finden kann. Schnell, schnell, schnell. Alle in meinen lächelnden Sack einfach rein. Ich seh viel zu nett aus für nen Dieb einfach. Komm schon, rein mit diesem, mit diesem Koffer. Rein mit dem. Okay. Und den da auch noch. Und dieses Handy. Ah, Anna. Ah. Okay, 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 okay. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Oh. Das sind einfach... Ich glaube, hier wurde inzwischen einfach schon fast alles geklaut, kann es sein. Hier hat Evo... Nee, hier ist noch relativ viel. Du kannst einfach hier nen Müllsack klauen. Ja, ich hab auch schon nen Müllsack geklaut. Nein! Alles schon zu Ende. Oh mein Gott. Anna mit 630. Oha. Ah, ich hatte, glaube ich, auch 600. Oh, crazy. Mann, das war gerade wirklich richtig knapp, du. Okay, Leute. Ich bin halt der Meisterdieb hier. Ja, die Anna ist tatsächlich ein Meisterdieb geworden. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr heutige Folge gefallen hat. Falls ja, gib einen Daumen nach oben. Das war Klau, bis du nicht mehr klauen kannst. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao. Yes.